Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum WowCast, dem Nicht-Bewegt-Bild-Format auf meinem YouTube-Kanal. Und bevor wir mit dem heutigen Thema starten, würde ich euch einmal darum bitten, einmal einen kleinen Aufruf hier starten, dass ihr, falls ihr Themen habt für World of Warcraft, sei es für das alte World of Warcraft, sei es für das neue, was gefällt euch, was gefällt euch vielleicht nicht, was lag euch schon immer mal auf der Seele, dass ihr mir das unten in die Kommentare packt. Wenn ich irgendwas Interessantes sehe oder irgendwas Interessantes lese, dann kann ich ja beim nächsten oder übernächsten Mal mal da einsteigen und vielleicht mal so ein bisschen eine kleine Diskussion damit führen. Klar, das ist hier immer ein Monolog, wenn ich ein Video rausbringe, aber ich glaube, ihr versteht schon, ich würde gerne mal so ein bisschen über World of Warcraft quatschen, darauf habe ich in letzter Zeit extrem viel Lust, deswegen auch dieses neue Format. Kann auch mal sein, dass was anderes kommt als World of Warcraft. Ich denke mal, in nächster Zeit erstmal noch nicht. Und keine Angst, die anderen Videos, die kommen immer noch. Ich habe immer noch ein paar Sachen, vor allem jetzt gerade, die ich euch zeigen möchte. In den letzten Wochen und Monaten war da sehr viel Ruhe. Lag aber auch daran, dass dazu alles immer wieder verschoben wird, immer die ganzen Release-Daten nicht eingehalten werden. Das ist jetzt, seitdem der Tanklaster da mal quer gestanden hat, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Seitdem ist es irgendwie nicht mehr dasselbe mit den Vorbestellungen. So, und wenn ihr Kritik übrigens an mir habt, könnt ihr auch gerne unten runterschreiben. Beim letzten Mal ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich sage sehr, sehr häufig Ä und Äm, so diese Füllwörter, um einen Gedanken zu bekommen. Wenn euch sowas auffällt, gerne runterschreiben, dann kann ich es mir nochmal anhören, kann ein bisschen daran üben. So, jetzt geht es aber nach viel zu langer Einleitung los, denn es geht heute um das Thema von Hogger zu göttern. Oder auch, warum wir viel zu mächtig in World of Warcraft geworden sind, beziehungsweise viel zu mächtige Sachen machen. Und ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, wir haben in World of Warcraft, wenn ich jetzt Classic, wenn ich World of Lich King und wenn ich Burning Crusade nehme, haben wir ja schon eine ganze Menge geleistet. Ich sage mal, wir haben den Schwarzen Drachenschwamm besiegt, wir haben den Elementarlords des Feuers besiegt. Und wenn man Thunderfrew gemacht hat, auch den des Windes, beziehungsweise haben wir denn einen alten Gott besiegt, den haben wir in World of Warcraft gegen Kommandanten der Legion besiegt. Wenn man das Zeitreise-Event sogar da mitmacht, hier diese, wie heißt das? Moment, Höhlen der Zeit, genau. Dann haben wir ja zwei Generäle besiegt mit Archimund und Kil'Jaden. Und im World of Warcraft haben wir eine der mächtigsten Schöpfungen, nämlich den Licht King besiegt. So, und natürlich auch wieder einen alten Gott mit Jogsaron. Aber ich muss sagen, damals, es war alles etwas mystischer, es war alles irgendwie etwas unheimlicher, unbekannter. Ich meine, wir haben nur alte Titankonstruktionen, Titangeschaffene Wesen, mal Wächter. Wenn ich an Uldaman denke, haben wir nur so ganz, ganz leicht so ein bisschen mal reingeschnuppert in die Materie. Und ich fand diese Mystik, dieses Geheimnisvolle, das hat auch nochmal was ganz Besonderes ausgemacht. Und ich weiß, dass man solche Sachen irgendwann auflösen muss. Ich sag mal, ich weiß, dass man irgendwann das One Piece finden wird. Und ich weiß, dass irgendwann auch Dragon Ball enden wird. Also es gibt ja immer irgendwo ein Ende. Merkwürgeweise bei World of Warcraft jetzt noch nicht, aber das ist eine andere Sache. Und jetzt sind wir aber bei den letzten Add-Ons ziemlich weit fortgeschritten. Ich sag mal, der größte Punkt in unserer Geschichte, wo wir wirklich zu den Omni-Wesen wurden, war ja wirklich Legion. In Legion haben wir Titanen besiegt, haben wir Wächter der Titanen besiegt, haben wir die mächtigsten, wir sind ins Weltraum abgedüst, um Wesen platt zu hauen. Und ich muss sagen, das war schon ziemlich abgespaced. Das hat auch einiges natürlich an der Lore für mich kaputt gemacht. Vom Fantasy zu Sci-Fi. Obwohl es schon immer ein paar leichte Sci-Fi-Elemente gab. Also so ist es nicht. Aber ich sag mal, es macht einen Unterschied, ob man den Kommandanten einer Legion besiegt, oder ob man den Anführer einer Legion besiegt. Und auch wenn wir Sagerast nicht selber platt gehauen haben, ist er ja für den Moment von den Titanen besiegt worden. Wir haben mit den Titanen gequatscht. Das sind ja eigentlich die Wesen, die uns alle erschaffen haben. Wir haben also sozusagen, wenn man das auf unsere Welt packt, wir haben Gott, die Schöpfer gefunden. Und das hat so ein bisschen auch diese, ja, diese Mystik genommen aus dem Spiel, dass wir im Endeffekt wissen, wer unsere Aschaffer sind. Wir wissen, was sie für Mächte haben, wo auch ihre Grenzen sind. Hat man ja auch ganz doll mitbekommen. Und ich finde, das macht auch ein bisschen was kaputt. Ich muss sagen, in, was waren das jetzt? Battle for Azeroth in Shadowlands. Und das sind Add-ons, klar, wir machen hier eine ganze Menge und wir machen eine ganze Menge kaputt hier an Bösewichten. Aber irgendwie sind alle, die wir besiegen, sei es so ein Wächter der Ersten, sei es irgendwelche Tanzkohorte in der Burg Natria oder in Battle for Azeroth, wo wir mal uns um einen König kümmern, der so ein kleines Loa dabei hat. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir da gemacht haben. Also Blizzard versucht ja immer wieder so ein bisschen zurückzukehren. Aber es fühlt sich nicht mehr so gewaltig an. Ich glaube, es wäre tatsächlich am besten gewesen, wenn man eine gewisse Ziellinie für World of Warcraft gefunden hätte, wo man sagt, ab dem Punkt ist das Spiel für uns fertig. Ich weiß, das geht nicht, weil finanziell, und man will ja immer wieder am Laufen halten, Gaming as a Service, etc., etc. Aber trotzdem, so für die Atmosphäre wäre es besser gewesen, wenn man das alles so ein bisschen umgedreht hätte. Ich meine, wenn wir jetzt hier gerade den Shadowlands nehmen, das wäre für mich so das vorletzte Add-on, wenn überhaupt, gewesen. Und Legion wäre das letzte Add-on gewesen. Was wäre das für eine geile Reihenfolge gewesen, wenn man gesagt hätte, jetzt komm, wir haben Classic. Da haben wir erst mal so ein paar Drachen plattgehauen. So, und einen alten Gott und Feuerelementar, die will ich immer nicht vergessen. Denn sind wir nach Burning Crusade, sind wir durchs Portal, haben da, ja, so mächtigen, dämonverseuchten Nachtelfen plattgehauen und so einen Kommandanten, der aus dem Brunnen rauskrabbeln wollte. So, denn sind wir im World of Lich King, haben wir unseren Erzshand aus Warcraft 3, den wir auch selber mal gespielt haben, besiegt. Dann kam Kataklyssen, da haben wir den Oberbösewicht des Schwarzen Drachenschwarms besiegt. Also, nochmal vom Ersten aufgegriffen, erstes Spiel, Classic Vanilla. So, und dann kam es doch Pandaria, hat noch so ein bisschen uns wieder zurückgeholt. Ich muss sagen, da waren die, ja, ich fand das mit der mysteriösen Insel, was sie noch zwei, drei, vier Mal bringen würden, fand ich gar nicht so verkehrt. Und das sind auch die Bosse dort. Wir haben uns eigentlich uns selber gestellt, wenn man die Chars betrachtet. Wir haben uns den Sünden, den Verfehlungen der Allianz und der Horde gestellt. Also, es war so ein bisschen eher Meta-Ebene. Und dann ganz am Ende haben wir uns gegen unsere eigene Fraktion, beziehungsweise eben gegen die Bösen der gegnerischen Fraktion, gegen Garrosh gestellt. Und das fand ich, war ein guter thematischer Abschluss. Wir haben eigentlich einen Abschluss gehabt für Horde und Allianz, so ein bisschen, und die haben sich wieder mehr zusammengefunden. Und wir haben dann einen Abschluss für, ja, die alten Götter so ein bisschen gekriegt, weil das so, ja, das letzte Mal eigentlich war, dass wir erstmal von den alten Göttern gehört hatten. So, und dann kamen aber Warlords of Draenor. Auf einmal wieder Orks, auf einmal wieder Teile der Legion. Also, da war irgendwie keine, für mich keine, ja, keine Neuerung vorhanden. Außer, dass wir auf einmal das, was wir eigentlich schon in Classic besiegt haben, und das, was wir in Mist of Pandaria, es wurde beides zusammengemischt, und daraus wurde dann ein Add-on gesponnen. Es ist interessant, wenn man natürlich so alternative Zeitlinien, was wäre, wenn, man trifft Charaktere wieder, die gar nicht mehr in der normalen Zeitlinie existieren, aber trotzdem fand ich es etwas zu viel. und etwas, sagt man, unausgegoren, nicht ganz, wenn man nicht so wirklich Ideen hat, genau, Ideen los. So, und dann kamen wir zu Legion. Und da haben sie ja komplett alles auf den Kopf gestellt. Da, wir haben, boah, was da alles passiert ist, wir haben da verschiedene Inseln denn gehabt, und dann haben wir Legionsangriffe gehabt, und dann haben wir Raumschiffe gehabt, dann fliegen, wieder eine fliegende Dalaran-Festung, die sie nochmal geholt haben, und dann haben wir riesige Bombardements gehabt, und die Kämpfe waren alle mit den Titanen zusammen, also es war viel groß, gewaltig. Das wäre für mich so ein Abschluss. Und ich glaube, deswegen ist doch Legion ein so beliebtes Add-on geworden, weil es sich wirklich gewaltig, relevant angefühlt hat. Es waren nicht nur die Mechaniken, sondern auch die ganze Thematik. Auch wenn alles komplett überzogen war, war es so genial überzogen, alles, was wir vorher geleistet hatten im WoW-Leben, kam da zu einem Höhepunkt. Und dann kam Battle for Azeroth. Auf einmal sind wir wieder mit irgendwelchen Piraten unterwegs. Okay, irgendwelche Trolle kommen denn wieder, ein bisschen verseucht. Es war so ein Riesenbruch, so ein Rückschritt. Wir haben in I-Math-On mit den Titanen die mächtigsten Kreationen, wir haben Planeten gerettet, hier eine Planetenseele bekämpft, und auf einmal, ja, gut, es gab nachher interessante Bosse, wenn ich mir das so, ja, nochmal anschaue. Klar, wir haben am Ende auch wieder einen der alten Götter besiegt, was auch wieder aber nur ein Kommandant ist, von der Leere. Und jetzt haben wir es mit dem Totenpantheon zu tun, beziehungsweise wir haben die ja nicht bekämpft, wir haben nur so einen Prototyp, und wir haben einen davon bekämpft, den mächtigsten sozusagen. Ja, ich lasse das mal so gelten, dass die so ungefähr, auf, naja, nee, Titanen, die kommen nicht an die Gewalt einer Titanenreihe an. Also ich sag mal, sie sind so unterm Titanen, aber noch so über Drachen. So, das lässt sich gut zusammenfassen. Und deswegen möchte ich das jetzt hier so ein bisschen mal zum Abschluss bringen, sonst kann ich mich da noch ganz, ganz lange so ein bisschen drüber, ja, nicht, ja, e-show 4, e-show 4 klingt auch gut. Ich finde, Blizzard hat thematisch einen ganz blöden Bruch in ihrer Geschichte gemacht. Für mich wäre die beste Reihenfolge gewesen, wir nehmen Classic, schmeißen den, Burn and Crusade, World of a Lich King, hat alles super gepasst. Und dann hängen wir da nach, weil wir sind ja gerade North Friend gewesen, die nächste Insel mit Mist of Pandaria ran. Mist of Pandaria, weil eben dieser Konflikt Horde Allianz aufflammt, dann gehen wir nicht in Drenor, Drenor lassen wir weg, Drenor, finde ich, okay, kann man als Add-on alleine stehen lassen, braucht nicht in die Hauptthematik. So, und nach Mist of Pandaria kommt Battle for Azeroth, weil in Mist of Pandaria kam dann die ganze Sache mit Garrosh und dann könnte man wirklich sagen, okay, jetzt fängt es an, jetzt ist es so aufgebrodelt, Horde und Allianz und jetzt macht Silvanas diesen Mist da, die ist auf einmal Kriegshäuptling geworden und dreht komplett frei, weil sie da schon ihren Plan hatte und das wäre ein guter thematischer Sprung, das wäre auch nicht so übertrieben, weil dann hätten wir den alten Gott dann nochmal, dann hätten wir auch die alte Gott-Thematik endlich hinter uns, die Side-Classic begonnen hat und dann fangen wir an mit jetzt nicht Legion, Shadowlands mit den Schattenlanden, da wird der ganze Plan von Silvanas dann bla 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 und dann danach kommt dann eben, dass wir wieder zurückkommen nach Azeroth und auf einmal kommt die Legion und dann retten wir die Legion mit und wir haben so viel Wissen hier aus den Schattenlanden und so viel Macht angehäuft, dass wir denen sogar ein bisschen was entgegensetzen können. Bumm, perfekte Reihe, Legion, Ende von WoW, WoW 2 bitte. Das wäre toll, WoW 2, 100, 200 Jahre nach der Hauptstory hier, bisschen Veränderung, bisschen mehr Mechanik, bisschen mehr Sci-Fi mit drin, super. Das wäre für mich, wie WoW hätte wirklich sein Powercreep, sein immer mehr, immer höher, immer schneller, gut hätte fortsetzen können. So haben wir ständig Brüche drin und ich denke, es wird bei Dragonflight jetzt auch passieren, dass man sagt, wir haben jetzt den Tod bekämpft, wir haben die Titanen bekämpft und jetzt gehen wir wieder zu Drachen zurück. Gut, ist aber nur meine eigene Meinung. Ich weiß, andere sehen das anders. Ich möchte auch damit nicht irgendwie, ja, Unmut schaffen. Ich finde einfach, das wäre für mich eine thematisch schöne Idee gewesen. Wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.